Es ist eine Zeit des Umbruchs. Neue Ideen. Gott, daran glaubst du? An einen barmherzigen Gott? Neue Lehren. Gott ist ein Richter und nicht ein Sensenmann. Neue Hoffnung. Das Kind wird zu Beginn des Herbstes geboren. Aber die Ängste sind noch die Alten. Was wird Gott bloß bei mir tun? Eine Familie. Mahlzeit. Drei Leibe Brot. Eine plötzliche Flucht. Und eine wunderbare Begegnung. Niemand hat das Recht, dich im Namen Gottes zu bestrafen. Aber die Priester sagen... Der Herr ist mein Hörter. Lama Media Filmproduktion präsentiert Ani Zaruso, Ben Bischoff und Steffen Groth in einem Film von Lars Reinhardt und Manfred Scholz. Ich kann das nicht tun. Bist du in eine Jaucho-Grube gefallen? Wie siehst du denn aus? Erstens schwere Zeiten. Ich gehe jetzt nach Hause. Heute Abend soll es ein Festival geben. Du musst schon etwas näher kommen. So lange Arme hast du nicht. Ich kann mich jetzt nirgends mehr blicken lassen. Wie war euer Verhalten heute? Fehlerlos? Fehlerlos. Ab 27. Mai im Kino.